Hallo liebe YouTube-Zuschauer, ich bin Alex der Kombinator und willkommen bei mir auf meinem YouTube-Kanal, Alex der Kombinator. Liebe YouTube-Zuschauer, wir haben bald Osterfeiertage und ich befinde mich gerade mal in der Galerie und ich möchte mir anschauen, was hier Galerie für diese Feiertage zu bieten hat. Also wir fahren erstmal mit dem Aufzug nach unten und schauen uns erstmal diese Schokoladenbonbons an. Und es geht los mit dem Aufzug nach unten. Zweiter Stockwerk Erster Stockwerk Mit Erdgeschoss Osterhasen, Schokohasen Wie sehen die aus? So, Ostereier Ostereier, Ostereier So schön Das ist cool Sieht echt aus Ostereier Immer noch Osterhasen Schokolade 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 Goldhasen Das sind Goldhasen Da gibt es einen Haufen davon Noch mehr Goldhasen Ja Zerwisch Sie sind Entschuldigung Das ist toll es ist nice Maze Pandinge Maze Pandinge das ist kreativ Danke! Du bist echt kreativ! Das ist cool! Alles aus Marzipan! Gut, jetzt haben wir uns das alles angeschaut. Jetzt können wir endlich verschwinden. Und da gibt es noch was. Okay, verschwinden wir hier.